let's go let's go boys let's go let's go fucking go go let's fucking go ich dachte ich war mit digger jemütter 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 bist du jemütter jemütter die moho und es ist der karl ist unser kummer unser kumba ja genau der red buff einfach in kimbukistan guter jetzt wird unser agni toxic lief das game aber wirst verwendet also man 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 doch da macht man nicht erstes ich habe keinen plan was der von mir will eigentlich schon hätten wir richtig auseinanderregen können hätte man pressure jetzt gemacht khali könnte zu euch kommen ich habe kein mana ich habe geshellt wer lacht dafür ich weiß nicht ich habe ich das war super hauptsache dieser taxis zwei leute die reporten das macht spaß und ist gesund ist gesund danach werden wir gebannt weil wir zu viele läufe brauchen fixi nice ich brauche definitiv schlaf ich meine meine pflanzen gerade ich will gerade gesagt sie ist ja in der herge chased wie so ein gestörter und hat sie noch getötet und es ist eine aprodite widerlich der wache 23 auf digga fixi what the fuck macht der granule digga scher doch dein dschungle buff dschungle die wo sind die wo wo w wo w 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 Was ist das? Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Die liebste wird 13. Ich habe meinen Stand gerade. Ich habe Shell und ich habe Peel, kommt zu mir. Oh, da ist noch einer, Dicker. Ja, ja. Okay, ich dachte, Agli kommt mit. Schade. Das war dumm. Oh, oh, komm schon, Agli. Schade, die waren so schön gestanden. Hallo, Rahm? Ach so, Rahm hat keine Mana. Oh. Scheiße. Jetzt kommt, jetzt werden wir wissen, ob der Agli. Das ist ja ein Spaß. Das war so klar, Digga, das war so klar. Ich werde mir gemutet. Stimmt. Eigentlich will ich ihn beleidigen, aber ich kann es mir noch nicht leisten. Nee, nee, scheiß drauf. Wir sind schon in so einem ruhigen Modus, da passt es. Ja, Mann. Aber wann hat Kali drei Kills gemacht? Gerade in dem Kampf. Echt? Ich glaube schon. Agni ist auf jeden Fall auch gestorben. Ja, ich gebe wieder 18 Ultis ab, Alter. Nois. Digga. Dein Ernst? Was hat der gemacht? Wo ist der? Wo ist der? Ist der schon gepackt? Der ist. Nein, nein, die sind noch da. Fick mich das auf. Der Bodyblock. Bruder. Nein, Digga. Das war bestimmt der Agni, der Blick gekauft hat in der Midlane und in der Tower gedächt. Das war lustig. Spotted! Be careful middle! Enemy, ultimate down! Ich spüre es, wie er uns fallen hält. Mhm. Ward Middle! Enemy, missing middle! Enemy spotted! Your right tower is under attack! Attack! On the killing, freehard! The tide calls! Your middle tower! Your middle tower! Enemy missing! Stay alert! Hold it! Many waters! Stay alert! We will receive the power! Oh, I didn't think! Warum? Ah, ich hätte einfach rausgehen sollen da. Enemy spotted! Schade! Oh, jetzt bin ich tot. Sein Ulte doch! Feet weit weg! Oh, nice! Oh, nice! Hat er beide bekommen? Du hast einen bekommen und der hat einen bekommen. Ja, und so Guan Yu nimmt Solo auseinander gut. Ja, Mann. Komm schon! Nice, Digga! Mit 3 HP und ich... Shita bee... Chita bee! Warte mit mein Hand... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich brauche noch kurz. Guck, dass du für mich Schild übrig lässt, äh, nicht Ability benutzen. Wo ist Raijin? Direkt nicht. Er ist so schlecht, der Typ. Das ist krank, oder? Er spürt wie ein Bot. Mit uns, Digga. Ja. Er hat mal reingelaufen. Nein, nur knapp. Ne, ich glaube. Oh mein Gott. Ja, mit Tower ist gut. Ja. Nein, wir brauchen kein Gold. Viel zu long. Guck mal, jetzt macht er meinen Speed Buff. Echt jetzt? Oh, was der macht? Echt? Bist du? Guck mal. Fat. Bist du? Bist du? Bist du? Das war's für heute. Bist du? 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 Ja, der kommt schon. Was ist los, Bro? Ja, der ist nicht überlebt, Alter. Was ist das? Ja, der ist nicht überlebt. Die Schwerke ist unter anderem. 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 Ich muss sein. Keiment sind. Komplett. Ok. Das war's für heute. Was ist das? 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 Oh, das ist so schön. So, jetzt müde ich aber alle, weil ich keinen Bock mehr habe. So, jetzt muss ich noch mal sehen, wenn ich dich nicht finden kann, wenn ich dich nicht finden kann, wenn ich dich nicht finden kann. Ah, er ist wieder da, guck mal, haha, ich weiß, haha, der Hurensohn dachte, wir gehen auf, ihr habt die Kali nicht bekommen, nein, nein, weggeblinkt, weggeblinkt, keine Ahnung, haha,haha, nice, gell, danke schön, nicht schön, Ich fette die Gericht. Ja. Ah, schade. Was? Nice, dicker nice! Hast du doch was? Ah schade! Verdammt! Egal, gut gemacht! hat er überlebt lang genug ja jetzt kommt der nutzlose atmen aber ja mann oh bruder da will ich nicht rein ok ihr blink ist down was wollen wir uns noch vision for my allies ja 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 Mhm. Haha. Gut, dass die Gegner einen Scheiß machen. Ja. Nicht sterben, bitte. Oh, ich bin am Arsch. Dankeschön. Dibde Baitet-Node. Ich kann Baiten-Node. Ja, ich habe es. Ich habe mich verlassen. Ich habe mich nicht mehr. Ich sehe den Gold noch. Was macht denn der da, Digga? Der war der einzige, der noch fett Damage gemacht hat, nach dir. Ja, wenn du peelen kannst. Digga, ich mach Damage. Digga, fix sie, die ist eingesperrt, dein Vater, Alter. Warte. Shitabill. Okay. Eigentlich sind Raijin und Kali die, die wir immer töten müssen, danach geht's. Ja. Der kommt nicht mehr zu Redbach, weil er weiß, dass er den nicht kriegt. Die ist zahlt, den auch nicht verdient. Ist zahlt. Okay, mein Stun ist ready. Achso, die haben FireJank gemacht, ja. Mhm. Mhm. Ich hab keine Beats. Ja. Ich auch. Mhm. 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 Das ist so loud. Die Zeit. Get out of there. Scheiß drauf, wenn ich dran gehen. Nee, ich kill die nur. Ah, okay, okay, defend fire. Kali sollte tot sein? Ja. Jawoll, nice. Scheiß auf den, auf die Squishies. Auf den Weg. Hachiman ist was tut, Alter. Schade. Egal. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ich bin nur kurz aus dem Damage raus. Ich halte ihn mal hoch hier. Kann er weiter denken. Attack, 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 attack. You will be a best friend. Der clear ist mein Stuner. Ja, der hält mich. Der is nicht der End. Ich habe einen Rein, rollen. Er hat die Falschie hat. Oh, mein Gott. Renn, renn. Renn, rot, rot. Ja, okay. Raijin ist tot. Ja. Nice. Haut, 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 haut. Ich muss rechts verteidigen. Okay. Wir können es nicht nehmen, wir können es nicht nehmen. Oder, ja, ja, scheiße. Das ist zu gefährlich, hier ist nicht fettig. Jawohl, Kalis tot. Nimm doch, ich stehe nicht nur noch eine Wave, sonst nervt es uns. Ja. Sonst sind die noch in der Mitteleid. Mö Вот. Mö, ta9-mö, ta9-mö. Dann lasst ein. lix die Hotel. Mö, ta9-mö, ta9-mö. Also richtig krank! Ich-mö. Okay, nice. Ich slappe die weg, Digga. Ja, Mann, ich bleibe auf jeden Fall immer an dir dran. Eigentlich bis ein Guan Yu und ich. Ja, Guan Yu muss ja auch in der Backline nerven, du musst für mich einfach pierce. Meiner, das täte ich wenigstens auch noch mit mir hoch halt, wenn es fessig wird. Kali 6, kein Spaß. . . . Ahem. Steht hab ich. Carly hat noch ulti. Mhm. Ja wir sind alle wieder vor live. Äh. Aber ich hab ihn hier. Wir brauchen eh keine Minutes. Ich pushe aber trotzdem zum heilen. Ich hab life's wieder. Legend beats und dash. Ja. Rein, rein. Ja. Jawoll Digga. Ach scheiße. Schade, schade, schade. Schade, schade. Wenn die da ficken, dann können die enden. Wenn die sterben, haben wir verloren. Ja. Auf denen ich seh keinen Verlass. Ja. Wir haben verloren. Ja. Schade. Wir fühlen uns frei, sind wir? Du bist alle auf Feuer. Du bist richtig, Phoenix ist unter Attack. Kalisch tot. Du bist in 25 Sekunden, ne? Vielleicht könnten wir das so verteidigen. Ja, ja, ja. Mit der Seite gekauft. Ist das ein Monster noch? Pulldown. Errant I, Tyriat. Digga. Das ist was ich brauch. Ja, easy. Verteidigen wir das noch. Den Phoenix muss ich hergeben. Ja, ja, den Phoenix muss ich hergeben. Oh, bleib am Titan, bleib am Titan. Hast du Ulti, Ulti den Titan so, dass sie nicht reinkommen. Digga, hab ich Damage gefressen. Komm schnell, das schaffen wir, das schaffen wir. Fick, ich fick mal weg. Uff. Ey, wir haben geworfen, wir haben geworfen. Ich muss schnell zurück. Ja, wir haben geworfen. Abwech den Titan. Du darfst halt nicht sterben, oder? Ja. Ich hab's Gefühl, Carl, die will Backdown. Denkst du, die kann Backdown alleine? Ja, 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 ja. Denen ist sowieso kein Verlass. Ja, ja, die will auf jeden Fall irgendwie Backdown. Ah, ne, die ist da. Passt. Ja, wir können verhören. Ja, wir können verhören. Ja, wir können verhören. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Tönt euch! Bedeutung! Tönt euch! Tönt euch! Tönt euch! Tönt euch!